Willkommen zurück in einer miserablen Folge. In einer miserablen Aufnahme. Die so frustrierend ist, das ist echt schon wieder lächerlich. So eine verkackte Kacke. Aber hier war doch alles ausgeleuchtet. Scheiße. Wie komme ich da jetzt rein? Weghacken. Mann. Ich bin echt sauer gerade, wisst ihr das? Richtig sauer. Ich könnte ausrasten. Ausrasten. Ach, shit ey. Habt ihr den gesehen? Ich hab den nicht gesehen. Ich bin doch einfach nur hier reingegangen. Wo war der denn? Mist. Mist. Alles kaputt. Kriegen wir noch nie wieder heile. Scheiße hier. Alles scheiße. Verdammte Axt. Sprengt er uns hier einfach ein Loch rein, ey. Was soll man dazu noch sagen? Eigentlich müsste ich jetzt von Simpsons hier Nelson einblenden. Somit. Haha. Kacke. Ja. Kacke. Kacke. Alles kacke. Misty fisty kacke. Was wollten wir denn eigentlich machen? Bin hier runter gegangen und habe erzählt, dass ich... Ach genau. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Na ja. Neues Lied. Neues Glück. Und wir brauchen eine Rüstung. Ey, die farmen das gar nicht ab. Ist ja cool. So. Papier macht man so. Neu. Jo. Geil. Haben wir über einen Stack. Aber was brauchen wir noch? Leder. Du willst mir ins Leder? Leder haben wir nicht. Dann müssen wir wohl Zäune bauen. Damit wir diese Mistkühe verwendet werden können. 64 muss reichen. So. Sind dann 16 an jeder Seite. Das sind 16 und... Ne. Ne, 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 Freunde. So nicht. So nicht. 32. Dann sind das hier 32 und das hier 32. Und das sind 16 und das sind 16. Okay. Damit kann man schon mal ein bisschen arbeiten. Wir brauchen eine Rüstung. Waffenschmied, Junge. Gib uns was. Hm. Was? Oh Gott, ey. Freunde, ey. Abhauen. So. Wir werden jetzt auf jeden Fall wie im Züchten. Und zwar machen wir das mit der Kuh. Verfluchte Axt. Damit wir die Kuh... Äh, ich bin jetzt... Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ganz entspannt. Erstmal. Ein paar Steine legen. Wieder was abgeschlossen. Bevor uns jetzt die Dorfbewohner nämlich zuvorkommen... Weil ich hier nämlich holzen... Äh, abfahren. Ich hab jetzt echt... Ich schieb jetzt echt Paranoias. Ey, das war genauso... Naja, bloß, dass ich in der allerersten Folge... Beziehungsweise Aufnahme... Hab ich den natürlich kommen sehen. Also... Ne, hab ich gar nicht. Das war genauso. Auch von hinten kam angeschlichen... Tsssss... Bumm. Vor allem kann er nicht mal einen antippen und sagen... Äh, hallo, ich bin hier. Dass man doch die Möglichkeit hat... Hier den aufs Maulzaun... Auf gut Deutsch gesagt. Nein, das geht nicht. Papiros. Papiro. Papiro las klose. Was wollte ich machen? Genau. Mit Körnern fängt man Hühnern an. Mit... Weizen... Kannste... Reizen. Ja, kommt man alle mit. ... Ihrt. Oh. guckzt. Oh. Glockone. Ja. Körnern. Schönen weist. Nein. Nein. Schönen weist. Machines. Geist. É. 이에요. Jetzt war ich die ganze Zeit ruhig. Bin halt noch drin, von wo ich nicht da war. So, die Kuh ist da schon mal eingesperrt. Wir brauchen noch eine zweite Kuh. Ja, ist ja gut. Ah, wo ist die zweite Kuh? Wir hatten noch hier eine zweite Kuh irgendwo. Also immer das Schwertzücken. Nicht, dass jetzt nochmal ein Creeper hier vorbeischneid. Hier sind Pferde. Pferde. Kuh. Kuh, hallo, komm mal her. Oh, nein. Küchen. Komm. Komm mit uns, sei artig. Ja, komm. Ö, komm. Komm. Warte mal, zett. So, ein bisschen ran. So, ah, hier ist ein Baum, okay. So. Mitkommen. Gleich fallen wir. Hm, schön mitkommen. Ihr wisst schon, wo es hingeht, ne? In die Schlachtanstalt. Nicht abhauen, nein, bleib da drinnen. Du bleibst da. Kuh. Ja, kommt. 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 Nein, 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 nein. Ach nee, geht da wieder rein. Ey. Ey, ich... Ich raste mich aus mit dir. Schaf, ey. Bist du doof. Du bist doofes Schaf, ey. Schaf, ey. Ich mach dich tot. Weiß doch, warum, weil du doof bist. Jetzt sind alle Schaf hier abgehauen. Wo sind die denn ab... Ich wollte schon sagen, die Tür kann nicht offen sein. Ich interessante. Ich beschère mich. Oh. Ich spreche mir hier. Oh. 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 Die Tür kann nie überhauen. Oh. 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 So, habt ihr jetzt Pech, Kuh und Kuh, Schaf und Schaf, Schaf und Schaf, ja du kannst dich hier ruhig paaren. So, gab Pech aus, eine schwarze Kuh und jetzt leuchte ich hier nochmal ein bisschen aus und hier nochmal und hier nochmal und jetzt sage ich gute Nacht. Wie ich kann jetzt nicht schlafen, ist ein Monster in der Nähe. Gar nicht wahr. So, irgendwo hat doch jetzt hier einer rumgemüllt. Kann ja nur hier oben sein. Ah, ne ganz oben, ganz sind wir hier vergessen. Darum ist mit Sicherheit auch ein Skelett. Müssen wir nochmal aufhacken. Oh, eigentlich. Oder ist der unten? Na, hier ist mir doch Schaf. Na, du kannst jetzt in deine Freiheit raus, Schaf, hier entlang. Passt du da nicht durch oder was ist los? Da müssen wir nochmal ran. Oh, Monster, hier gehen wir ein bisschen auf den Keks. So, welches Schaf hatten wir denn noch nicht? Du hattest schon. Du hattest auch schon. Du und du. Okay, okay, okay. Jetzt lass uns mal kurz überlegen, was wir als nächstes machen. Wir haben jetzt hier ein paar Tiere gezüchtet. Als nächste sinnvolle Investition wäre eigentlich, wir könnten. Du brauchst gleich durchgucken. Das heißt sinnvolle Investitionen. Ich meine, wir brauchen... Wir brauchen... Hä? Moment, ey. Hier war doch Gras eben gerade noch, oder nicht? Ey, hier wollen mich alle verarschen. Echt. Alle wollen sie mich verkohlen. Oh, was hast du davon? Das kann ich auch nicht mit angucken, ey. Hast du davon? Es tut mir leid, scharf. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ähm. 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 Ja. Hm. Das ist ja jetzt blöd. Das ist die Strafe dafür, dass ich's getötet habe. Habe ich natürlich keine Leiter hier dran gemacht, ne? Ich bin auch so ein richtiger Depp. So, ein richtiger Depp. Ach, Mann. Ich muss hier einfach nur noch sterben. Heute geht echt alles schief. Ich hab extra meine Hand vorgehalten, also. Ganz cool. Wir brauchen Obsidian. Und wir brauchen mehr Papier. Gut. Zack, zack. Jetzt müssen wir uns mal wirklich einen Plan machen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan. Ne, nicht mit Kies. Mit... Wo ist denn hier ne Strömung? Hm. Und zwar Ziegel. Also Ton. Da brauchst du gar nicht um mich herum Schwimmfisch. Kriegst eh nichts ab. So. Bitte lass' das. Ah, ich lass' es ja. So, was haben wir hier? Okay. Auch noch mal. Oh, ein bisschen mehr. Tja, wir könnten mal hier Ton-Teich nennen. Ton-Teich, coole Folgen haben. Da hab' ich aber bis dahin wieder vergessen. Bis ich das rendere. Äh. 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 Warum ist da... Ach, wie das? Nee, ich hab doch da keine Cobblestone gemacht, oder? Ach, was. Hä, da kann ich mich ja gar nicht erinnern. Wir haben da ein kleines Problem, Houston. Da läuft Wasser rein. Das muss so sein. Nee, das muss nicht so sein. Das hier ist Wasser rein. Hä, warum läuft denn hier Wasser rein? Das ist immer total uncool. Und vor allem, wo läuft denn das genau hin? Ja, eine Hülle ist mir klar. Hallo? Nee. Okay. Komm her, hier. Reicht nicht. Mist. So. Ach. Gucke an. Häschen. Bläschen. Hallöchen. Oh. Aber hier haben wir doch auch nicht gemacht, oder? Ach, Mensch. Hier ist was los. Ich sag, hier ist echt immer was Neues. Da wollten wir jetzt einfach mal ein bisschen Ton sammeln, während hier das Gras... Gras, äh... ...das Zuckerrohr wächst. Und was ist? Bustekuchen. So. Wachs mal schneller. Alter. Was zum... Was zum... Oh. Äh, ja. Äh, vorsichtig ist hier angesagt. Wobei, hier können wir jede zweite Fackel machen. Zack. Dann machen wir hier eine, zack. Dann machen wir hier eine, zack. Dann machen wir hier eine, zack. Äh. Boah, wie riesig ist die Sonne? Und sie geht schon wieder unter. Und jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Folge wir sind. Oh, nein. Schon wieder getrödelt. Aber ich glaube, es war jetzt die Schrift der... Tja, äh, ich hau mich einfach hin. Und falls wir uns... Falls ich das jetzt an dieser Stelle schneide, dann sage ich einfach mal... Äh. Auf Wiedersehen. Und falls nicht, dann wird das mal wieder eine längere Folge. Oder wie auch immer. Ich kann nur schlafen mit Nachtnissen. Äh. Ja. Dann würde ich einfach sagen, mache ich jetzt aber hier jetzt erstmal... Ähm. Gute Nacht. Tschüss.